In diesem Video geht es wieder mal um das Thema der Tierrechte. Und zwar werde ich dir einige Beispiele nennen, in denen Tiere auf abscheuliche, wahrscheinlich wo du mir bei jedem einzelnen Beispiel zustimmen wirst, auf abscheuliche Weise gequält und unterdrückt werden. Und ich bin mir sicher, bei jedem dieser Beispiele wirst du ein komisches Gefühl im Magen bekommen und irgendwie das Gefühl, die Gedanken haben, meine Güte, was machen Menschen eigentlich mit anderen Tieren? Was denken Menschen, wer sie sind, um diese abscheulichen Taten mit anderen Lebewesen zu machen, sie zu quälen, einzusperren oder was auch immer mit denen zu machen, nur um Profit zu machen? Und ich möchte, dass du dieses Gefühl wirklich spürst und dich dann hinterfragst, was unterstützt du mit deinem Geld? Bist du vielleicht auch für Tierquälerei in dieser oder in einer anderen Form verantwortlich und einfach dich hinterfragst und dann im besten Fall zu dem Schluss kommst, dass es nicht okay ist, Tiere zu quälen, weder für Profit noch für deinen persönlichen Genuss? Und am Ende du sagst, alles klar, ich möchte vegan leben. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann reiche ich dir meine Hand, strecke dir meine Hand aus, dann melde dich bei mir, schreib einen Kommentar, eine Nachricht, wie auch immer und dann helfe ich dir, sodass du keine Tiere mehr quälen musst. Das erste Beispiel, und das soll wirklich ein kurzes Video sein, sodass du es dir kurz angucken kannst und danach direkt zack in die Umsetzung kommen kannst und gehen kannst. Das erste Beispiel ist ein Eisbär in einem Hotel in China. Es gibt in China ein Eisbärhotel. In diesem Hotel hat man so eine Art Innenhof, wo ein Eisbär eingesperrt ist, der 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche beleuchtet ist mehr oder weniger, keine Rückzugsmöglichkeiten hat und zu jeder Tages- und Nachtzeit von den Gästen im Hotel begabt werden kann. Dass das offensichtlich Tierquälerei ist, verstehen wahrscheinlich alle von euch. Gleichzeitig haben wir hier in Deutschland auch Zoos, wo Eisbären eingesperrt sind oder Pinguine, Delfine, Wale und so weiter, was genauso abscheulich ist. Von daher hier der erste Vergleich, wenn du das blöd findest, dass Eisbären im Hotel eingesperrt sind, dann finanziere auch keine Zoos. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, was ich selber in einem Podcast gelernt habe, man lernt ja auch nie aus und die Abscheulichkeit von Menschen gegenüber anderen Tieren nimmt offensichtlich kein Ende und zwar die Firma Mitsubishi. Kennst du vielleicht von Autos oder Klimaanlagen, die haben aber in Asien tatsächlich auch riesige Kühlhäuser, die voll bis oben hin sind mit gefrorenen Blaufischen Thun oder einer anderen Thunfischart. Diese bestimmte Thunfischart ist vom Aussterben bedroht und Mitsubishi hat nichts anderes zu tun, als riesige Mengen von diesem Fisch aufzukaufen, ganze Fischerboote extra nach diesem Fisch jagen zu lassen, sodass sie dann diese Fische einfrieren können in ihren Kühlhäusern, weil sie wissen, dass diese Art kurz vorm Aussterben ist, weil dieser Fisch aber als Delikatesse gilt, kaufen die jetzt noch alles, was sie bekommen können, fangen noch jeden Fisch, den sie kriegen können, weil sie wissen, der wird irgendwann aussterben, wenn wir so weitermachen, wenn bestimmte Menschen so weitermachen, um dann eben den Preis beliebig nach oben regulieren zu können. Wie krank ist das denn? Da ist eine Art, die ist vom Aussterben bedroht und diese Firma hat nichts anderes zu tun, als sich zu denken, geil, ich sorge dafür, dass sie aussterben, sodass ich dann möglichst viel Profit mit den gefrorenen Körpern machen kann, die ich dann verkaufen kann. Absolut barbarisch, auch hier wieder, wenn du das abscheulich findest, warum kaufst du dann Thunfisch in den Supermarkt? Ob der Fisch vom Aussterben bedroht ist oder nicht, ändert dir nichts daran, dass diese Tiere ein Recht haben zu leben und es ungerechtfertigt ist, sie zu essen, obwohl du tausend andere Möglichkeiten hast. Ein weiterer Punkt sind Blutfarmen in Südamerika. Dort werden Pferde eingesperrt, werden künstlich besamt, sodass sie schwanger werden, weil die dann in ihrem schwangeren Körper bestimmte Hormone ausschütten. Diese Hormone sammeln sich im Blut, das Blut nimmt man diesen Stuten ab und extrahiert es dann eben aus diesem Blut, gewinnt eben dann diese bestimmten Stoffe, die man dann auch hier in Deutschland teilweise in der Schweinezucht einsetzt, um das dann den Schweinen zu geben, um deren Schwangerschaften zu synchronisieren und dafür zu sorgen, dass sie möglichst eine genaue Anzahl an Nachwuchs und zu einer gewissen Zeit bekommen. Das heißt, man sperrt Pferde ein auf der anderen Seite der Welt, zapft denen das Blut ab, die Fohlen werden natürlich geschlachtet oder getötet, extrahiert aus diesem Blutstoffe, die man dann hier Schweinen gibt, die hier im Kastenstand leben, damit man deren Schwangerschaften in Synchronisation bringen kann. Jeder hat vielleicht auch von dem Yulin Dog Festival gehört, wo in China jedes Jahr einfach nur aus Traditionsgründen, weil es einfach nur eine blöde Tradition ist, Hunderttausende Hunde geschlachtet werden, auf offener Straße geknüppelt werden, hinter verschlossenen Türen geknüppelt werden, wo das jetzt passiert, ist ja egal, und dann eben deren Fleisch konsumiert wird, einfach nur aus Tradition. Genau so eine Tradition haben wir hier in Deutschland, nennt sich Weihnachten, wo Leute tonnenweise Puten, Hühner, Fische und so weiter essen. Oder Ostern, genau die gleiche Tradition. Wenn dich also das Yulin Dog Festival irgendwie ankotzt, warum nimmst du dann hier in Deutschland oder wo du auch immer herkommst, an bestimmten Traditionen teil, wo auch Tiere geschlachtet werden, die nicht sterben wollen. Ich habe auch schon Bilder gesehen aus China mal wieder hier oder aus anderen asiatischen Ländern, wo Schildkröten in so kleinen Schlüsselanhängern eingefärscht werden. Kein Witz oder auch Fische, das sind dann so kleine, vielleicht 10 cm lange maximal Plastikbeute, wo Wasser drin ist, wo Fische oder winzig kleine Schildkröten eingesperrt werden, damit man sie als Schlüsselanhänger tragen kann. Ich mache keinen Scheiß. Also all die Sachen, die ich hier nenne, könnt ihr selber recherchieren, macht das auch gerne. Schlüsselanhänger mit lebendigen Tieren drin. Wie absurd. Wie absurd ist das denn? Dann haben wir natürlich noch hier in Deutschland auch Tierversuche, die gemacht werden, um bestimmte Krankheiten zu erforschen, die die Menschen sich selber aufbürden. Ich spreche hier zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die zu einem fast 80, 90%igen Prozentsatz dadurch überhaupt entstehen, dass Menschen sich schlecht ernähren, zu wenig schlafen, zu wenig bewegen und generell einen ungesunden Lebensstil haben, voll von Stress. Und um diese Krankheiten zu erforschen oder um Medikamente zu erforschen, hat man nichts anderes zu tun, als Hunde zum Beispiel oder Affen herzunehmen, denen die koronaren Herzarterien abzuschnüren, um zu schauen, wie das, was das für ein Resultat hat und welche Medikamente dann da nutzen kann, um das zu verbessern, um Schmerzen zu reduzieren und so weiter. Ich fasse mir immer wieder an den Kopf, warum Menschen so grausam zu anderen Tieren sind und warum du vielleicht noch dafür bezahlst, dass andere Menschen grausam zu diesen Tieren sind, indem du nicht vegan lebst und Fleisch isst, Milch konsumierst, Eier isst, Fische konsumierst, Leder kaufst, Wolle kaufst, Pelz kaufst, Tierversuche unterstützt und so weiter. Lass uns nochmal kurz über Meereslebewesen sprechen, zum Beispiel die Haie, die gefangen werden, damit man ihnen dann die Flossen abschneiden kann und dann die leblosen Körper wieder in den Ozean schmeißt. Auch das findest du wahrscheinlich abscheulich, bezahlst aber weiterhin dafür, dass das Gleiche mehr oder weniger passiert mit anderen Fischen, die zwar dann nicht lebendig in den Ozean geschmissen werden, die aber trotzdem an Deck von riesigen Fangschiffen leiden, damit du Fischstäbchen essen kannst. Ihr habt wahrscheinlich auch schon Bilder gesehen von einer Bucht in Japan, in Japan ist es, glaube ich, wo auch in regelmäßigen Abständen Delfine zusammengetrieben werden, die dann in dieser Bucht abgeschlachtet werden, sodass sich das gesamte Wasser dort rot färbt, weil manche Menschen einfach gerne Delfine essen oder weil diese Delfine sonst Fische essen würden, die aber die Menschen lieber fangen und verkaufen wollen oder wenn man diese Delfine einfach einfängt, um dann sie an Delfinarien zu verkaufen. Alles, alles abscheulich. Und warum sage ich das alles? Ich sage das, ich habe mir jetzt diese Extrembeispiele rausgesucht, um dir zu zeigen, dass es einfach falsch ist, mit anderen Lebewesen so umzugehen. Und wenn es falsch ist, einen Delfin in einer Bucht abzuschlachten, aus Profitgründen, dann ist es doch genauso falsch, Schweine in die Gaskammer in Deutschland zu stecken, um eine Wurst zu essen, oder? Denn das Schwein, das weiß nicht, ob es vom Ausstern bedroht ist oder ob es extra dafür gezüchtet wurde oder ob die Menschen es als Nutztier bezeichnen. Das spielt ja keine Rolle. Jedes Tier will leben, hat ein Recht auf ein Leben und möchte nicht von dir unterdrückt werden, weil du gerne ein Sandwich essen möchtest. Deshalb habe ich diese Beispiele genannt, diese Extrembeispiele, um dir zu zeigen, dass Tierquälerei falsch ist. Egal, wo es passiert, egal, ob hinter verschlossener Tür oder vor offener Kamera, es ist alles falsch. Du würdest auch nicht gerne in dieser Position sein. Also lebe vegan, lass die Tiere in Ruhe. Und wie gesagt, meine Hand ist ausgestreckt. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich bei mir. Ich helfe dir gerne. Lass einen Kommentar dort. Abonnier den Kanal für mehr Videos. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.